Guten Tag, liebe Gäste, sehr verehrte Festival-Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zum Spitzengespräch des Creative Bureaucracy Festivals den Mann zu Gast haben, der die sozialdemokratische Partei Deutschlands führt, Norbert Walter-Vorjans. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Frohloff und guten Tag, Herr Turner. An meiner Seite ist Sebastian Turner. Er ist Mitinitiator des Festivals, war lange Jahre Herausgeber des Tagesspiegel und ist jetzt Gründer des unabhängigen digitalen Medienhauses Table Media. Herr Walter-Vorjans, wir wissen sehr zu schätzen, dass Sie kurzfristig eingesprungen sind für den verhinderten SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Lassen Sie mich auch sagen, dass wir schon eine ganze Reihe von Fragen von den Festivalgästen bekommen haben, die wir nachher gerne an Sie weiterreichen möchten. Herr Walter-Vorjans, Sie sind Bundesvorsitzender der SPD, der Mann, der Olaf Scholz schon mal in einer Wahl geschlagen hat. Und mir liegt jetzt fast auf der Zunge zu fragen, haben sich denn andere Kandidaten bei Ihnen schon gemeldet, um zu fragen, wie Sie das wohl geschafft haben? Aber das ist jetzt hier eine ganz andere Frage, denn uns geht es heute um etwas ganz anderes. Uns geht es um Innovation in der Verwaltung und wie wichtig sie ist, wird nach den Pandemie-Monaten wohl kaum jemand bezweifeln. Deutschland braucht neue Ideen für die Verwaltung, damit sie schneller und wirksamer werden kann. Auf unserem Festival präsentieren wir viele neue Ideen und Innovationen dafür. Wie ist das bei Ihnen, Herr Walter-Vorjans? Sie waren ja nicht nur Minister, sondern sind natürlich auch Bürger. Welche gute Idee aus der Verwaltung ist Ihnen noch besonders gut in Erinnerung? Ich war ja als Finanzminister Dienstherr von 27.000 Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten. Da hat man ja eine Menge Rückmeldungen, also nicht nur die eigene als Bürger, sondern gerade eben auch als Dienstleister. Und ich war vorher bei der Stadt Köln der Verantwortliche für 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wirtschaftsförderung und auch in der Kämmerei. Und ich würde aus diesem Bereich ein Beispiel nennen. Das war nämlich die Zeit, als wir nachgedacht haben und etwas unternommen haben, um die sogenannte, damals hieß das One-Stop-Agency aufzubauen. Also zu sagen, wir müssen die Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger einnehmen und nicht die der Obrigkeit, die nun mal unterteilte Zuständigkeiten hat und dann immer die Fragesteller an den einen oder an den anderen überweist, sondern oder verweist, sondern wirklich sagt, wenn jemand sich an die Stadt XY wendet, dann ist er schon an der richtigen Stelle und dann wird auch das, was er zu tun hat, von dieser Stelle aus erledigt. Und ich fand, das war eine gute Idee und die ist natürlich im Rahmen der Digitalisierung noch einfacher umzusetzen. Das legt ja alles schon ein paar Jahre zurück. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Themenblock, den jetzt Sebastian Turner übernimmt. Ja, sehr gerne. Herr Walter-Borjans, wir hatten wahrscheinlich schon lange nicht mehr einen so breiten Konsens in einer Frage. 90 Prozent der Bürger und auch beachtliche 80 Prozent der Mitarbeiter in den Verwaltungen der Beamte sagen, es ist nicht in Ordnung, es ist alles zu langsam. Ist jetzt ein guter Moment für eine große Staats- und Verwaltungsreform? Ja, den Moment gibt es schon länger. Es ist jetzt die Möglichkeit, mit einer neuen Legislaturperiode Dinge wirklich anzupacken. Und ich komme zurück auf das, was ich eben gesagt habe. Ich habe in Verwaltungen, für die ich verantwortlich war, immer wieder erlebt, wie unterschiedlich in einzelnen Bereichen gearbeitet wird. Und es gab immer die, meistens war das sehr abhängig von den handelnden Personen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon enorm viel, ich will nicht mal sagen Kundennähe, weil die Bürgerinnen und Bürger sind nicht die Kunden des Staates, wir sind alle gemeinsam das Gemeinwesen, aber die jedenfalls sich mit den Anfragen, die sie zu bearbeiten hatten, sehr aktiv und sehr vom Fragesteller her oder vom Antragsteller her beschäftigt haben. Das müssen wir jetzt anpacken. Wir können auf eine ganze Reihe guter Beispiele zurückgreifen. Es muss nicht alles jetzt erst erfunden werden. Sie haben sich im Wahlprogramm sympathisch, kurz und kompakt gefasst. Ich habe einen Halbsatz gefunden. Auf Seite 13 steht, in einer Reihe wichtiger anderer Fragen in der Mitte verpackt, Zitat, Deutschland soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau verfügen, über eine vollständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung und ein Bildungssystem, in dem für das Leben in einer digitalen Welt gelernt werden kann, Zitat Ende. Niemand kann Ihnen Weitschweifigkeit vorwerfen, aber wenn Sie sagen, es ist ein wichtiges Thema, es ist seit Jahren natürlich virulent, aber jetzt eben überall im Bewusstsein ist es vielleicht ein bisschen knapp. Ich nehme an, das sind nicht alle Pläne, die Sie haben. Was sind Ihre Pläne? Wir haben bei dem Zukunftsprogramm ganz bewusst auf Kürze gesetzt, weil wir auch die Hoffnung haben, dass sich dann mehrere Bürgerinnen und Bürger auch mal damit beschäftigen, weil wenn man 300 Seiten als Wahlprogramm veröffentlicht, kann man ziemlich sicher sein, dass man es direkt ins Regal legen kann, wenn überhaupt. Und deswegen sind viele Themen angerissen. Wir haben auch im Übrigen Erweiterungen im Netz, haben immer gesagt, wir haben eine Matrix, hinter dem gedruckten Programm zu vielen Bereichen. Und da geht es schon los mit der Digitalisierung. In sehr vielen Punkten ist ja das Jahr 2030 genannt, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt im Jahrzehnt, in dem die Weichen gestellt werden müssen. Egal, ob es jetzt Klimaschutz ist, aber das hängt ja auch eng miteinander zusammen. Wie kriegen wir Gegenwart und Zukunft zusammen? Es hat keinen Zweck, wenn wir nur über große Zukunftspläne reden, aber das, was dann unmittelbar passieren muss, nicht funktioniert. Und wenn wir von Digitalisierung reden, dann reden wir ja beispielsweise, gucken wir ja gerne mal nach Estland beispielsweise, dann wissen wir aber, das ist ein Land mit zwei Millionen Einwohnern, die vor wenigen Jahrzehnten eigentlich bei null neu angefangen haben. Das sind immer andere Chancen, als wenn man in einem so großen Land wie Deutschland mit einer ja funktionierenden Verwaltung auf einen neuen Pfad gehen will. Und das bedeutet, ja, angefangen, also wir fangen an, es geht vom Netz an. Es geht darum, dass wir die Beschäftigten befähigen müssen, die Möglichkeiten des Netzes und der Digitalisierung zu erkennen und anzuwenden, dass wir uns öffnen für diejenigen, die von draußen Ideen reinbringen, Schnittstellen schaffen. Also es gibt sehr viele, sehr konkrete Punkte, über die wir auch schon jetzt im Vorfeld der Wahl gesprochen haben. Wird die Verwaltung, wenn die SPD den Kanzler stellt und die Regierung führt, wird die Verwaltung größer oder wird sie das nicht? Der Verwaltung ist ja nicht eine Einheit. Wir haben Kommunalverwaltung. Da haben wir festgestellt, wie viel in den vergangenen Jahren aus Sparzwängen abgebaut worden ist, was uns jetzt an Planungskapazitäten, an Beratungskapazitäten fehlt. An den Stellen, glaube ich, wird es nötig sein, dass wir auch zusätzliches Personal haben werden und vor allen Dingen, dass es Personal ist, das sich eben mit diesen neuen Möglichkeiten gut auskennt. Also es geht auch um Verjüngung und Zusammenarbeit mit denen, die Erfahrungen haben. Dann haben wir Landesverwaltungen. Die Finanzverwaltung, von der ich eben gesprochen habe, ist eine Landesverwaltung. Und wir haben eine Bundesverwaltung, die am Personal zunächst mal eher kleiner ist. Und die Frage ist immer, wie gehen wir sparsam mit den öffentlichen Mitteln um? Aber wir werden nicht umhin können, festzustellen, dass an vielen Bereichen Digitalisierung nicht für sich alleine arbeitet, sondern dass Menschen dahinter sitzen, dass sie umgesetzt werden muss und dass Beratung auch in diese digitalisierte Welt hinein muss. Und deswegen glaube ich, dass wir im öffentlichen Dienst wenig Potenzial haben, den einfach nur runterzuschrauben und nur auf die Personalkosten zu gucken und zu sagen, wir bauen ab. Herr Walter-Borjans, Veränderungen in der Verwaltung haben ja auch sehr viel mit Führungsstil zu tun und mit Kultur. Und unser Festivalgründer und der Erfinder des Creative Bureaucracy-Konzepts, Charles Landry, der hatte ein sehr schönes Konzept entwickelt. Er sagt, wir brauchen eine No, Wir müssen kommen von einer No-Because-Culture zu einer Yes-If-Culture. Also von einer Nein-Weil-Kultur zu einer Ja-Wenn-Kultur. Was halten Sie davon? Viel. Und zwar, weil wir als Bürgerinnen und Bürger natürlich immer, das ist ja normal, das ist ja nicht nur in Deutschland so, eine gewisse Distanz zur Verwaltung haben. Die Verwaltung ist immer noch so ein Stück Repräsentant der Obrigkeit. und wir müssen als erstes mal den Blick umkehren, darüber haben wir schon gesprochen, also von demjenigen aus, für den wir da sind, zu denken, an wen richtet er sich, wie oft will er hin und her geschoben werden, nämlich gar nicht. Und das Nächste ist, dass die Verwaltung nicht den Eindruck machen darf, dass jemand, der einen begründeten Antrag hat, der etwas umsetzen will, dass der eigentlich stört. Sondern, dass es darum geht, eben zu sagen, wir geben dir sogar noch ein paar Ideen zusätzlich. Allerdings, Sie sagen auch, es müssen natürlich Bedingungen erfüllt sein, weil das wissen wir alle, wir wollen doch auch eine funktionierende Verwaltung. Wir wollen ja nicht keine Verwaltung, weil wir wollen auch immer dann Sicherheit haben, egal ob es um Polizei oder das Ordnungsamt geht. Und wir wollen eben nur, dass diese Sicherheit gegeben ist mit möglichst wenig Unannehmlichkeiten und mit Ideen, die man den Bürgerinnen und Bürgern sogar mit auf den Weg geben kann, wenn sie beispielsweise ein Gewerbe anmelden. Insofern finde ich wirklich dieses Befähigen und dieses zu sagen, ja, da geht was und wir sagen dir, woran du denken musst, wenn du das umsetzen willst, ist genau der richtige Weg. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie kommen wir da hin? Welche Ansätze brauchen wir dafür, damit sich hier in dieser Kultur etwas ändert? Da gibt es einen sehr, sehr spannenden Ansatz, der kommt aus Finnland. Verwaltungsinnovatoren aus aller Welt feiern diesen Ansatz für Führungsstil. Der Name lautet Humble Government, also die bescheidene, die demütige Verwaltung. Da geht es darum, es ist nicht das große Rezept, nach dem alle kochen, sondern sie tastet sich vor die Verwaltung, sie löst Probleme experimentell, Schritt für Schritt. Wäre das auch ein möglicher Ansatz für die deutsche Verwaltung? Naja, ich finde mich eigentlich mit dem, was ich eben gesagt habe, in diesem Gedankenspiel auch wieder, weil ich ja gesagt habe, Humble heißt ja im Prinzip der Staat, die Verwaltung ist nicht die Obrigkeit, die den störenden Bürger in irgendeiner Weise am besten abwimmelt und wenn dann irgendwo auf in die Warteschleife setzt, sondern die dazu da ist, das, was an Rahmen nötig ist, wenn man zusammenlebt, ja durchzusetzen und vorzugeben, aber dann gleichzeitig alle Hilfen anzubieten, dass man mit dem Rahmen so gut wie möglich umgehen kann. Das ist für mich genau dieser Gedanke des Humble. was gehört dazu? Ich glaube, wir haben von der Art, wie wir öffentlichen Dienst organisiert haben, auch wie wir ihn belohnen, wie wir honorieren, uns sehr lange sehr stark darauf reduziert, Risiko nicht zu optimieren, sondern Risiko zu minimieren. Und jeder, der auch mal einen Blick in die private Wirtschaft gerichtet hat, der weiß, wer gar kein Risiko eingeht, erreicht nichts. Wer ein Abenteurer ist, erreicht am Ende auch nichts. Es liegt irgendwo in der Mitte, richtig abzuwägen, wo man auch mal ein, ja durchaus auch ein persönliches Risiko übernimmt. Und das ist in der Verwaltung so, das muss man sagen, dass jemand, der wirklich bereit ist, dieses Risiko zu übernehmen bei einer Entscheidung, kaum gewinnen kann, wenn das zu einem Erfolg führt, aber sehr stark am Pranger steht, wenn es ein Misserfolg führt. Und diese Frage, wie ermuntere ich Personen dazu, Entscheidungen zu treffen, wenn es Ermessensspielräume gibt, die eben Yes, If sagen und nicht No, Because, dann ist das, glaube ich, was unsere Struktur des öffentlichen Dienstes angeht, ein ganz wichtiges Thema, über das wir gemeinsam auch reden mit den Personalvertretungen, nicht zumindest in diesen früheren Aufgaben, aber das wird nötiger in der nächsten Zeit. Versprechen Sie bis 2030 die komplett digitale Verwaltung? Schauen wir mal auf heute. Wohl nirgends, in keiner Stadtverwaltung, in keinem Bundesland, auch nicht auf Bundesebene, auch ganz gleich, wer regiert, nirgends ist Deutschland im Digitalen führend. Woran liegt das? Ja, es liegt, wie gesagt, es liegt zum einen daran, dass Neuland zu betreten etwas ist, das in der Verwaltung selten gelernt ist und weil es diese, ich sag mal, eher Risikominimierungsstrategien gibt, hängt es immer von einzelnen Personen ab, ob die sagen, ich nutze jetzt mal meine Möglichkeiten in meiner Verantwortung, in meinem Verantwortungsbereich und deswegen gibt es ja auch viele gute Beispiele, aber man kann sich auch zurückhalten und sagen, also warum soll ich das machen? Am Ende kann ich mir nur schaden und neun Jahre ist nicht lang. Bei 2030 denkt man immer, das sind so Riesenzeithorizonte. Ich habe mich in der Zeit als Finanzminister auch umgetan in anderen Ländern. Ich habe mir Digitalisierung in Österreich angeguckt, ich habe mir die Veränderung, Bemühungen in den skandinavischen Ländern angeguckt und es war am Ende immer diese Mischung aus, ich sag mal, Menschen, die von draußen mit drauf geguckt haben, die auch Ideen aus anderen Bereichen von Wirtschaft, Verwaltung von Alltagsleben mit eingebracht haben und sich auch mal die Kriterien angeguckt haben, an denen man überhaupt misst, ob man in der Digitalisierung vorne liegt oder nicht. Das hat mich, muss ich sagen, damals bei Digital Austria sehr beeindruckt, da habe ich mir das angeguckt und da wirklich an die neuralgischen Punkte ranzugehen, also gar nicht immer alles auf einmal ändern zu wollen, sondern zu sagen, was sind die fünf wesentlichen Punkte, die wir in einer funktionierenden Kunden oder bürgerorientierten Verwaltung erwarten, woran misst dieser Bürger das, was er gut findet oder schlecht und da als erstes ranzugehen, das zieht auch nach, weil es motiviert. das Beispiel Österreich, das aufgrund von seiner Tradition, Bundesstaat und so weiter mit uns durchaus verband ist, das Beispiel wird zurückgeführt darauf, dass ein Bundeskanzler Österreichs, Wolfgang Schüssel, gesagt hat, ich mache das jetzt zu einer Sache. Erwartet uns das bei einer SPD-geführten Bundesregierung, wird es dann Chefsache oder werden sie ein Digitalministerium forcieren, in das es delegiert wird. Das müssen wir schnell, aber mit Weitblick entscheiden und es wird auch sicher ein Thema von verhandeln. Das ist unterschiedlicher Frage. Ich würde Ihnen niemals unterstecken, dass Sie nicht mit Weitblick entscheiden, aber wie entscheiden Sie denn dann? Sie wollen ja in den Wochen gehen. Ich könnte jetzt die schnelle Antwort geben und sagen, das machen wir wie Österreich. Jetzt müssen wir nur wissen, Österreich wäre nicht mal als Bundesland eines der ganz großen Bundesländer in Deutschland und die österreichischen Bundesländer haben auch nicht diese Kompetenzen, die unsere Bundesländer haben. Insofern sind sie an der Spitze der Republik Österreich in einer anderen Position als an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen habe ich auch gesagt, Estland ist schön und ist toll, dass sie das machen, haben zwei Millionen Einwohner. Insofern würde ich nicht erwarten, dass alle Themen, die in anderen Staaten Chefsache eines Bundeskanzlers oder eines Premierminister sind in Deutschland an diese Ebene gehören. Sie müssen nur an einer, ich sag jetzt mal wirkmächtigen Stelle im Kabinett sein und ob das eine Querschnittsfunktion ist oder nicht, wird man in solchen Gesprächen jetzt behandeln müssen. Ich muss sagen, ich halte das wie Finanzen, wie Umwelt, wie Gleichstellung für ein Thema, das in alle Ressorts hineinreicht und das aus dieser Sicht heraus zumindest eine in irgendeiner Weise gebündelte Zuständigkeit haben muss. Eine sehr konkrete Frage in dem Zusammenhang. Digitalprojekte werden beauftragt, ziehen sich hin, wenn ein Finanzer in einem Land beispielsweise, das sind sie ja gewesen, sagt, ich möchte gerne jahresbezogen abrechnen, die sogenannten Jahresscheiben. Dann ergibt sich das Problem, dass entweder man auf Geld verzichtet als Verwaltung oder Projekte durchwinkt, auch wenn sie nicht gut genug sind. Sind sie, wenn ich das so spezifisch frage, sind sie für die Jahresscheiben oder sagen sie nein, auch da muss man in der Abrechnung flexibler werden, nach Projektfortschritt und nicht nach kameralistischem Jahr? Das haben wir in vielen Bereichen wirklich gemacht. Also da kann ich ganz klar sagen, diese Jahresscheiben haben ja immer zu diesem berühmten Dezemberfieber geführt. Das heißt, man hat am Ende sozusagen alles, was man sorgsam zurückgehalten hat, im ganzen Jahr und an Möglichkeiten vielleicht nicht genutzt hat, für Dinge ausgegeben, die in der Priorität weiter hinterlagen. Das ist aber seit Jahren so, dass in großen und wichtigen Projekten auch eine über den Dezember, über den Silvestertag hinausgehende Finanzierung möglich ist. Das ist unterschiedlich geregelt. Ich weiß nur, in Nordrhein-Westfalen haben wir das gemacht. Im Bund ist es nicht so. Im Bund sagen die Digitalleute das exakte Gegenteil. Das Finanzministerium war ja ein nicht unwichtiger Mann in diesem Wahlkampf auch heute die Verantwortung hat. Das besteht auf die Jahresscheiben. Das wäre also etwas, was sich ein neuer Finanzminister anders überlegen könnte, wenn der jetzige eine andere Aufgabe bekommt. Ich gebe weiter. Ja, das liegt ja nicht daran, dass der Finanzminister das verweigert, sondern das hat auch ein bisschen was mit rechtlichen Möglichkeiten zu tun, die wir auch uns erst mal geschaffen haben in Nordrhein-Westfalen, die andere Länder auch haben. Also das ist jetzt kein Unikum in Nordrhein-Westfalen alleine. Aber es ist eben auch so, dass man immer auch da abwägen muss, weil dieses Übertragen natürlich diese Klarheit, Haushaltsklarheit und Wahrheit, wie das immer so schön heißt, wie wird mit den Mitteln umgegangen, wie viel ist sozusagen zu üppig ausgestattet worden in Haushalten, weil es jetzt in den Netten, das fängt ja hinüber, schwappt. Das muss natürlich auch ein Regelwerk haben. Ich glaube, dass wir das in vielen Bereichen seinerzeit gut gemacht haben und dass es in einigen Ländern gute Modellvorschläge dafür gäbe, wie man es auf Bundesebene auch machen kann. Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, der eine schnellere Digitalisierung ein wenig behindert und das sind die Datenschutzvorgaben, die es gibt bei uns in Deutschland. Man kann ja manchmal den Eindruck haben, die Daten würden besser geschützt als die Menschen. Wollen Sie das ändern? Also da bin ich jemand, der sich sogar gerne mal in die Kritik begibt, ganz sicher auch in den eigenen Reihen. Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich skandinavisch geprägt. Und in Skandinavien war es immer so, dass die Bürgerinnen und Bürger ein hohes Vertrauen in ihren Rechtsstaat, in ihre Demokratie haben und nicht immer bei jeder Frage davon ausgegangen sind, was passiert eigentlich im schlimmstmöglichen Fall, wenn es morgen eine Diktatur gibt und jemand ganz anderes auf die Daten zugreift, Klammer auf, was er ohnehin täte, wenn es zu diesem Fall käme, Klammer zu, und deswegen auch mehr Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten hatten. Sie können sich vorstellen, dass ich das gerade als Finanzminister immer besonders interessant fand, weil es eben durch diesen Datenschutz auch in vielen Bereichen Dunkelstellen gibt, wo unter dem Deckmantels Datenschutzes in großem Maße Geld gewaschen, Geld verschoben und Ähnliches wird. Insofern, das auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, was heißt eigentlich beispielsweise Steuergeheimnis, wenn ich Fördermittel vergebe und jemand, die in Anspruch nimmt, dann ist das kein Steuergeheimnis, dann finde ich, dann darf man auch sagen, du musst damit einverstanden sein, dass auch bekannt wird, dass du vom Staat Unterstützung bekommst, weil es immer zu dieser Lösung führt, man glaubt immer, die Großen, die in der Zeitung standen, sind vom Staat gefordert worden, die vielen Kleinen nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo ich glaube, dass unsere wichtigen Datenschutzbestimmungen, die ich nicht unterwandern will, aber dass sie zum Teil herhalten dafür, dass man sich eben in diesem Risikominimierungs gemahnt, dass man sich zurückzieht und das nicht macht, nicht nutzt. Daten, die ausgetauscht werden könnten, nicht austauscht und das ist dann eben auch zwischen den Ländern, zwischen den Kommunen, auch zwischen den europäischen Staaten oft ein Punkt, bei dem Dinge schief laufen, weil man die Möglichkeiten nicht nutzt, obwohl man es dürfte. Und das muss man nochmal überprüfen, an welchen Stellen da auch Gesetze ein Hemmnis sind, ohne dass ihre Veränderungen die Privatsphäre von Menschen in einer unzulässigen Weise tendieren würden. Ja, da muss man sicherlich in viele Bereiche hineinschauen. Ein Bereich, den man sich dann vornehmen muss, wäre wahrscheinlich auch künstliche Intelligenz, denn künstliche Intelligenz, die ja die SPD in Deutschland voranbringen will, lebt von Datennutzung, also gerade nicht vom Datenschutz. Welchen Weg will die SPD da gehen? Wir haben ja an vielen Stellen auch selbst schon in der Debatte auch des Programms gesagt, es geht gar nicht darum, wir müssen uns ja auch der Realität stellen. Es gibt so viele Konsumenten, die ihre Daten zur Verfügung stellen, die oder die zulassen, dass im Onlinehandel beispielsweise oder bei Internetsuchen Daten gesammelt werden, wo wir sagen, das ist gar nicht zu vermeiden und es ist auch gar nicht mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, sondern wir sollten dann allerdings sicherstellen, dass auch gerade die öffentlichen Stellen, also dass gerade Verwaltungen, dass Städte diese Daten auch nutzen dürfen, dass sie beispielsweise über Informationen, nehmen wir ein Beispiel, die sich daraus ergeben, dass bei Google Maps gesucht wird, wo jemand von A nach B fährt, auch Informationen zur Verfügung gestellt werden können für die städtische Verkehrsführung. Und das sind Dinge, wo man sagen muss, da stellen ja Kunden zur Verfügung und da machen wenige große Digitalunternehmen Riesengeschäfte mit, die eigentlich nicht eigentlich Gegenstand ihrer Leistung und Gegenleistung sind. Und da muss man, da finde ich, kann Verwaltung eine Menge, ja, Nutzen rausziehen und das muss auch geklärt werden, dass diese Daten dann verwendet werden können für eben gemeinwohlorientierte Dienstleistungen. Müssen wir dann auch strukturell rangehen? Im Moment ist es ja so, dass Deutschland in 16 Bundesländern verschiedenen Datenschutz hat, keinen einheitlichen. Will die SPD das dann auch ändern? Ich bin, wie Sie sich leicht vorstellen können, als langjähriger Landesfinanzminister und nicht nur deswegen ein überzeugter Föderalist. Ich finde, manche Diskussionen, die wir erleben, in dem so mehr oder weniger fast ein bisschen Slapstick-artig die unterschiedlichen Regeln verschiedener Bundesländer dargestellt werden, die überdeckt, wie viel der Föderalismus dazu beigetragen hat, dass wir eben nicht die Probleme eines etwa zentral regierten Frankreichs haben, wo alles in Paris sich bündelt, wo der Rest der Nation am Tropf der Hauptstadt hängt, sondern wo wir wirklich viele große Zentren in Deutschland haben, das möchte ich nicht verlieren und nicht aufgeben. Und wir sollten nicht so tun, als wenn jeder von uns jeden Tag in drei verschiedenen Ländern seine Kinder zur Schule schickt und in fünf verschiedenen Ländern Corona-Regeln einzuhalten hat. Also es gibt Dinge, ich wohne nicht weit entfernt von der niederländischen Grenze, da ist es auch anders und wir sind in einem Europa, also das sollte mal ein bisschen niedriger hängen. Auf der anderen Seite sprechen Sie allerdings bestimmte Rahmen an, innerhalb derer man wissen muss, was geht und was nicht geht. Und deswegen finde ich diese Koordinierung des Föderalismus, die ist nicht gut. Das hat sich gerade jetzt auch bei vielen der Ministerpräsidenten- Konferenzen beispielsweise gezeigt, als es um Corona ging, dass die Chefetage, also die Runde von Regierungschefs von Bund und Ländern Einzelfragen lösen sollten, die lange vorher auf der Ebene von Verwaltungen und von Verwaltungsspitzen hätten vorgedacht und vorgelöst werden können. Das ist ein Punkt, der mich nicht dazu bringt zu sagen, es ist alles wunderbar, aber auch nicht dazu, immer alles in der Zentralisierung als beste Lösung zu sehen. Also Föderalismusreform, ganz klar wird es mit der SPD nicht geben. Ja doch, eine Reform brauchen Sie ja, wenn Sie beispielsweise definieren wollen, wie wollen Sie die Koordinierung verbessern und wie wollen Sie beispielsweise, welche Themen gehören auf welche Ebene. Aber wenn das immer mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem Hintergedanken läuft, am besten die Länder machen das alles gar nicht mehr, das machen wir alles besser in Berlin, dann weiß ich, dass das die Nähe zum Bürger nicht verkürzt oder verbessert, sondern dass die Distanz vergrößert und deswegen in der Föderalismusreform, die die föderalen Pluspunkte wirklich raushebt und den Föderalismus nutzt, finde ich richtig. Gut, Sebastian Turner, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu den Fragen, die uns die Festivalgäste geschickt haben und die lassen sich praktischerweise alle mit Ja und Nein beantworten. Vielleicht starten Sie mit der ersten Frage. Ja, Philipp Stolz, der Digitalisierungsbeauftragte der Gemeinde Saarlach und der ganze Beamtenbund stellen eine Frage, nämlich Berufsbeamtentum, wollen Sie das erhalten? Ja. Ich soll nur mit Ja antworten. Perfekte Antwort. Ich weiß nicht, ob die das hören wollen, aber es ist eindeutig. Wunderbar. Okay, klare Ansage. Verdi stellt die Frage an Sie, schafft die SPD den Rechtsanspruch auf mobile Arbeit in der Verwaltung? Hoffentlich ja. Wird von uns alleine sicher nicht abhängen, aber es wäre ein wichtiger Punkt. Wäre Ihr Ziel. Okay. Ein Teilnehmer, der seinen Namen nicht genannt haben will, aber wir ahnen, wie er beschäftigt ist, fragt, schaffen Sie die sachgrundlose Befristung bei Beschäftigung in der Verwaltung ab? Absolutes Ziel, ja. Gut. Dann haben wir eine Frage der Hurti School. Wird die SPD in der Bundesverwaltung die Rolle des Chief People Officer einführen? Das ist so etwas wie ein CIO. Also jemand, der sich mit den ganzen Fragen der Digitalisierung ausschließlich beschäftigt. Haben wir in vielen Ländern auch schon. Insofern eine gute Idee, aber die könnte ich jetzt so pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten. Tendenz geht aber in Richtung Ja. Benjamin, wenn er in Habsburg Gründer Solaga UG, also einer kleinen GmbH, fragt, wird es die FDP, die FDP, nein, die SPD, wird es die SPD schaffen, dass in Zukunft Unternehmen ohne die Hilfe von Beratern gegründet werden. Also Notare, Rechtsanwälte und so weiter, was man alles braucht und was ein Gründergeld kostet. Klar ist das Ziel Ja. Ich weiß aber auch, dass man damit versprechend vorsichtig sein muss, weil wir ja eben schon mal das Yes-If angesprochen haben. Das heißt, es wird immer Bedingungen geben. Und wenn man die so einfach gestalten kann, dass niemand einen Berater braucht, wäre das absolut wünschenswert. Ob das in jedem Fall geht, wage ich zu bezweifeln. Ein Teilnehmer aus Frankfurt stellt eine Frage, die Sie vorhin auch schon so halb beantwortet haben. Wollen Sie die sogenannte Inhouse-Beratung der Verwaltung stärken? Inhouse insofern, als die Verwaltung praktisch zu den Unternehmen geht und sie oder zu den Fragestellern geht, um es zu machen? Oder habe ich richtig verstanden? Der Grundgedanke ist, dass die Beratungsgesellschaft Teil der öffentlichen Hand ist. Also so wie das angefangen, glaube ich, bei Porsche. Porsche hat eine Porsche-eigene Unternehmensberatung aufgebaut, damit sie die Unabhängigkeit hat, aber auch die Nähe, um besonders gut zu beraten. Und einige Einrichtungen, die Bundesanstalt für Arbeit beispielsweise, Bundesagentur für Arbeit oder auch das Innenministerium oder das Finanzministerium wie die PD haben sowas eingerichtet. Die Debatte kenne ich aus der Stadt Köln, in der ich Dezernent für Wirtschaft war, wo es immer um die Frage geht, lagert man das aus oder hält man das als Teil auch der Verwaltung? Das Ergebnis ist am Ende gewesen, die eine wie die andere Lösung hängt immer davon ab, wer steht da an der Spitze? Also wiederum, es ist wieder eine Frage der handelnden Personen. Insofern glaube ich, dass es auch von Fall zu Fall so ist, es gibt Bereiche, in denen ist es sinnvoll und richtig, es zum Teil der Verwaltung selbst zu machen. Es gibt aber auch nach wie vor die Bereiche, das glaube ich, bei einer so schnell sich ändernden Welt, dass man dann aber kontrollierte, transparente Inanspruchnahme von Beratung auch hat, die jenseits der öffentlichen Verwaltung ist. Das ist eine heiße Debatte und ich glaube, dass man Menschen nicht verordnen kann, wie sie sprechen, aber dass man selbst als öffentliche Verwaltung erkennen lässt, dass man die Gleichstellung auch in der Sprache zum Ausdruck bringt. Ich finde, das ist keine Zumutung, dass jeder Mann und jede Frau mitbekommen und mittragen können. Ob sie selbst dann sagen, der Mieter oder die Mieterin oder die Mieterin, das mag jedem erst mal, oder nicht nur erst mal, es jedem selbst überlassen. Nur im Gesetz des Sechsen finde ich es richtig. Es sei denn, man macht das, was die Justizministerin mal gemacht hat, nämlich den Vorschlag, dass ich dann ein Gesetz mal ganz in der weiblichen Form schreibe, dann kann ich auch ein anderes in der männlichen schreiben, hat aber zu großer Empörung geführt, dass sich plötzlich Männer nicht mehr vertreten gefühlt haben, weil in diesem Gesetz nur weibliche Formen davor kamen. Also das ist ein Punkt, da würde ich dann sagen, ist der Kompromiss am Ende doch, dass man vielleicht damit leben kann, dass auch gegendert wird. Es liegt die Frage nahe. Also wir haben hier unsere liebe Not mit der Technik. Wir freuen uns ja, dass unser Gespräch überhaupt zustande gekommen ist, aber es ist nicht ganz einfach, so direkt aufeinander einzugehen wegen des Zeitverzugs. Gut, ich will aber Ihnen gerne die Quizfrage noch von der gleichen Dame weitergeben. Was wäre denn die gegenderte Form von Bürgermeisterkandidat? Ja, ich weiß, das geht beim Meister und beim Kandidat. Ich bin ehrlich gesagt... Und beim Bürger, Bürgerinnen. Ach ja, stimmt, da müssen wir BürgerInnen, MeisterInnen, KandidatInnen. Ich würde ehrlich sagen, ich würde es immer auf den letzten Teil beziehen, aber das werden andere vielleicht jetzt ganz furchtbar finden. Ich kann damit leben. Aber wie gesagt, den Hinweis darauf, dass wir nicht einfach sagen sollen, jede Veränderung ist falsch, sondern das Eingehen darauf, dass wir eine Gleichstellung auch in der Sprache leben wollen, finde ich richtig. Ich will niemanden gängeln, aber dass ein Gesetzestext, dass ein Verordnungstext, die diese Gleichstellung eben auch spüren lässt, das ist keine Zumutung für jemanden, der ihn lesen muss oder für jemanden, die es lesen muss. Ich würde gerne noch einmal auf die Diskussion um Föderalismus zurückkommen, über die wir vorhin gesprochen haben. Sie haben gesagt, dass Sie es für richtig halten, dass man sich da bestimmte Themen genauer anschaut und mal nachguckt, wo kann man Dinge vereinheitlichen. Besonders deutlich zeigt sich ja dieses ganze Wirrwarr von Regelungen im Bildungssektor. Das haben wir in der Pandemie ja erlebt, in jedem der 16 Länder und unterschiedliche Regelungen. Und der Bund hat keinen Durchgriff. Das haben viele auch bedauert. In welche Richtung soll es denn da Ihrer Meinung nach gehen? Ja, da haben wir ja mit dem Infektionsschutzgesetz einige Rahmen auf die Bundesebene gehoben. Also das, finde ich zum Beispiel, ist eine gute Grundrichtung zu sagen. Man muss einen Fall definieren, eine Grenze definieren, von der es einfach darauf ankommt, dass schnell gemeinsam gehandelt wird. Und das gehört dann auf die Ebene des Bundes. Und dass man eben unterhalb, in diesem Fall eben der bestimmten Inzidenzraten, dann sagt, da darf auch jedes Land im Wettbewerb zueinander nach den besten Lösungen suchen. Das haben wir im Übrigen, vielleicht kehren wir das auch zu oft unter den Teppich, dass es viele Fortschritte in Deutschland dadurch gegeben hat, dass ein Land mal mit etwas angefangen hat und die anderen ihm nachher gefolgt sind. Habe ich gerade auch im Bereich der Finanzverwaltung kennenlernen dürfen und auch ausüben dürfen. Also deswegen finde ich, die Frage ist immer, wenn wir in so einer kritischen Situation sind, wie wir das jetzt mit Corona waren, dann wünsche ich mir natürlich auch, dass wir Regeln definieren, von wo an es dann auf die Bundesebene geht. Aber dass der Normalfall des Lebens nicht schlecht funktioniert, wenn man an einer Grenze eines Bundeslandes fünf Kilometer weiter eine etwas andere Lösung hat, das finde ich, damit kann man leben. Und das ist unter dem Strich, ist das kein Nachteil, auch wenn es im Einzelfall störend ist. Aber jetzt sagen Sie, Sie wünschen nicht. Ich würde sagen, wir hatten einen Wirrwarr bei der Frage von, wer alles in der Maske tragen muss, wer keine tragen muss, ob ich Präsenzunterricht habe oder nicht habe, ob es digital läuft oder nicht läuft. Also da finde ich, muss es ein paar Grundlinien geben, die verlässlich machen, dass man weiß, in meinem Bundesland bin ich jetzt nicht vollkommen abgenabelt von dieser Entwicklung, weil da hängt ja wirklich auch, da hängt die Zukunft von Kindern dran. Aber nochmal, ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass das alles zentral vorbestimmt werden muss und keinerlei Flexibilität auf der Landesebene gibt. Okay, hat sich meine Frage übrig. Danke. Ja, wir haben noch einen großen Themenkomplex. Vorgegeben wird er durch die Entwicklung der Welt, der Klimaschutz. Uns interessiert der Zusammenhang zwischen Verwaltung und Klimaschutz. Jedes neuere Forschungsergebnis sagt uns leider, dass sich die Erde immer noch schneller erhitzt, als wir befürchtet haben. Nur das, was unverändert dauert, ewig dauert im Vergleich zu dieser Beschleunigung, sind die gültigen Verfahren für den Umbau der Infrastruktur. Genehmigung, Planungsrecht, Einspruchsrechte und so weiter. Die Stromtrassen kommen nicht. Der Energiebedarf ist da. Aber wir können nicht umstellen auf Erneuerbare an vielen Stellen. Was hat die SPD vor in dieser Schlüsselfrage von Verwaltung und Vorsorge für einen lebenswerten Planeten? Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil die ganze Debatte darüber, ob wir 2038 oder vorher aus der Kohle aussteigen, wann wir klimaneutral sind, besteht aus wunderschönen Zielen, wenn wir die Grundlagen dafür, dass wir es erreichen können, nicht wirklich schaffen. Und wir sind in Deutschland in einer besonderen Situation. Wir sind ein deutlich höher industrialisiertes Land als viele unserer Nachbarn, selbst der Industrieländer als Nachbarn. Wir wollen nicht wieder einsteigen in die Kernkraftnutzung. Wir wollen aussteigen aus der Kohle. Das ist mit 2045 eine riesige Ambition. Und wenn wir in der Zeit nicht hinkriegen, dass wir die Wasserstofftechnologie erhöhen, also Strom produzieren, und zwar erneuerbaren Strom, die Trassen dafür legen, dann werden wir diese Ziele reißen. Und wir sollten eher alles dafür tun, dass wir die Ziele sogar nach vorne ziehen können. Das will ja gar keiner verhindern. Wir sagen ja nur so, wie es jetzt im Moment läuft, wäre es verrückt, über die Zahlen zu reden. Und das heißt, wir müssen erst mal sicherstellen, dass wenn Umweltverträglichkeitsprüfungen beispielsweise gemacht worden sind, wenn eine Investition genehmigt ist, dass es nicht Regeln geben kann, dass zwei Jahre später plötzlich wieder mit einem anderen Grund das, was schon im Gang ist, wieder aufgehalten wird. Sondern dass man wirklich sagt, es muss eine Art Redaktionsschluss geben. Da ist alles abgewogen und dann wird es gemacht. Das bedeutet auch wieder, dass man entweder zu einer Gemeinsamhaltung der Länder kommt oder dass man dann sagen muss, es muss auf der Bundesebene geklärt werden. Es kann nicht sein, dass wir in der Nordsee Strom produzieren und der kommt dann bis an die Nordgrenze von Bayern, aber in Bayern geht er nicht weiter. Und das sind alles Punkte, da hat auch unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz gemeinsam mit uns gesagt, das ist das Erste, was wir anpacken wollen. Dass wir sagen, wir müssen jetzt rigoros diese Kapazitäten an erneuerbarer Energie erhöhen und müssen dafür die Planungsgrundlagen schaffen. Im Übrigen brauchen wir dafür auch einige Gesetze, die so sind, dass wir auf der einen Seite verfassungsfest sind und auf der anderen Seite aber auch eine Rechtsklärung geben, weil wir ansonsten auch in eine Situation kommen, wo Politik alle Naslagen ausgehebelt wird durch Klagen und durch Gerichtsbeschlüsse, die praktisch das Verfahren nicht weitergehen lassen können. Es gibt ja Leute, die sagen, wir sind da auf dem Weg in einen Richterstaat. Das ist jetzt erstmal keine Kritik an den Gerichten, sondern eine Kritik am Gesetzgeber, das ja offenbar Regeln aufstellt, die so sind, dass sie einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten. Und genau an dem neuralgischen Punkt, da werden wir im ersten Jahr ansetzen müssen. Können Sie es ein bisschen konkreter machen? Also es ist ja ein von Ihnen ja auch richtig betonter Punkt. Sie sagen, Sie wollen es als erstes machen, dann wird es ja die eine oder andere Überlegung konkreter Art geben, was genau Sie vorhaben. Also worauf müssen sich die Umweltverbände, die Gerichte, die Planer, worauf müssen die sich einstellen? Je konkreter Sie werden, umso mehr freuen sich unsere Zuhörer und Zuschauerinnen, dass sie jetzt eine Ansage bekommen, was sie erwartet unter einer SPD-geführten Regierung. Sicher nicht, dass wir die ortsnahen Belange von Artenschutz, Umweltschutz, Anwohnerschutz, Anwohnerinnen-Schutz außer Acht lassen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen jetzt Trassen und jetzt habt ihr euch mal nicht so, die wird bei euch vorbeigelegt übers Haus, sondern wir haben ja doch einen Standard erreicht, auch mit unserer Bürgerbeteiligung, den wir nicht wieder loslassen sollten. Das Einzige ist doch, dass wir viel zu viel Schritt für Schritt machen und das Erste dann erledigt ist, lange dauert und dann erst der nächste Schritt losgeht. Und deswegen werden wir uns genauso, wie wir das beim Kohlekompromiss gemacht haben, über den sich viele Menschen jetzt ärgern, aber der zustande gekommen ist, weil alle Beteiligten am Tisch sich gesagt haben, wir fassen jetzt mal unsere Interessen zusammen und wenn wir es hinterher gemeinsam nach vorne gezogen kriegen, ist ja in Ordnung. Aber wir haben jetzt eine gemeinsame Vereinbarung und die brauchen wir in der Kette, ich sage es jetzt nochmal, vom Windrad in der Nordsee, über die Trasse bis in den Süden Deutschlands, aber eben auch verbunden mit all dem, was Anwohner tangiert, was Artenschutz tangiert, weil das nicht einfach zur Seite geschoben werden darf, also nicht bitteschön glänzende Augen kriegen, weil man sagt, guck mal, die Chinesen können alles schneller. Wir wollen vieles, was da zum schnelleren Realisieren führt, nicht haben. Und deswegen sollte man das zusammenbringen. Das ist keine Geschichte, die man in ein, zwei Monaten geklärt hat, aber die muss sofort begonnen werden und sie muss sehr schnell zu einem Ergebnis führen, dass wir dann anschließend eine solche Trasse schnell bauen können und zwar ohne noch mit neuen Komplikationen rechnen zu müssen, wenn der Bau begonnen hat. Sie haben einen schönen anschaulichen Begriff gewählt, den Redaktionsschluss. Wird die Zustimmung zu einem solchen Planungsgenehmigungsdurchsetzungsredaktionsschluss, wird das eine Bedingung sein für eine Koalition? Werden Sie nur koalieren mit Partnern, die sagen, jawohl, Redaktionsschluss, machen wir. Also ich tue mich etwas schwer immer mit diesen roten Linien, die in jedem einzelnen Punkt sagen, wenn ihr das nicht macht, ist die Koalition schon gestorben, dann brauchen wir nur drei zu definieren und es wird niemand miteinander koalieren können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die demokratischen Parteien, die eine, ich sag mal, zukunftsgerichtete Politik für Deutschland verantworten wollen, dass das, ehrlich gesagt, eigentlich keine rote Linie sein kann. Sie sprechen ja jetzt vielleicht gerade in diesem Punkt auch die Grünen an, weil, ich sag mal, da vielleicht die Interessen des großflächigen Umweltschutzes und des Klimaschutzes mit dem kleinflächigen Schutz vor Ort am ehesten, jedenfalls könnte man annehmen, kollidiert. Aber auch da weiß ich aus vielen Gesprächen, dass man sich dessen bewusst ist und dass, wenn daran am Ende die Umstellung auf erneuerbare Energien scheitert, wir auch mit dem kleinflächigen Schutz zu tun haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine rote Linie braucht, die ohne die ansonsten diese Erneuerung, die wir brauchen, nicht möglich wäre. Herr Walter-Bohr-Ganz, lassen Sie uns eine letzte Frage stellen, die so ein bisschen in die Zukunft schaut. Es ist ja noch offen, ob Sie in die Regierungsverantwortung kommen, aber falls ja, ist klar, eines Tages werden Sie diese auch wieder abgeben müssen. Und die Frage lautet, was sollen die rund 5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Sektor dann von einer SPD-geführten Bundesregierung sagen? Dass sie den Wert, den eine gute Verwaltung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber eben auch für die Befähigung zur wirtschaftlichen Dynamik beigetragen hat, geschätzt hat und dass sie dafür die Voraussetzungen geboten hat. Und das hat viel zu tun mit den Strukturen, über die wir heute gesprochen haben. Es hat zu tun mit der Personalpolitik, also nicht gerade da zu sparen, wo wir Planungskapazitäten, Beratungskapazitäten brauchen. Und es hat damit zu tun, dass wir für eine Besoldung oder Bezahlung sorgen, die nicht dazu führt, dass wir uns immer beklagen. Wir kriegen keine Fachleute. Und auf der anderen Seite aber eine Menge Menschen da sind, die diese Befähigung haben, aber den öffentlichen Dienst nicht attraktiv finden. Also da haben wir eine Reihe zu tun. Und wenn wir sagen können, dass wir dafür gesorgt haben, das heißt auch, dass wir zum Beispiel Kommunen finanziell in die Lage versetzt haben, ihre Aufgaben auch wirklich wahrzunehmen, dann könnte ich gut zurückblicken. Aber ich möchte jetzt gar nicht an den Punkt kommen, wo ich gerade den Staffelstab schon wieder an jemand anderen übergebe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie eingesprungen sind. Und wir sind neugierig, wie sich die Dinge entwickeln. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Dankeschön. Vielen Dank.